wir spielen die mission nummer neun keys mit felix hallo felix seelenpakt und das ist wahrscheinlich der letzte stream zu halo 1 und 2 aber das ballen wir jetzt noch mal durch die junge götter und es geht es und ich dachte jetzt jetzt kommt direkt geile cutscene aber es kommt erst mal geil geiler lade und jetzt geht es doch so jetzt aber alle kommen jetzt wenn ich richtig verstehe hat ihre führung allen schiffen befohlen halo zu verlassen als die flotte entdeckt wurden aber es war zu spät die flotte haben den kreuzer überrollt und außer gefecht gesetzt man fürchtet jetzt dass sie der schiff reparieren um halo zu verlassen sie haben ein team geschickt um die flotte zu neutralisieren und das schiff zum start fertig zu machen ich kann captain key signal jetzt klar empfangen erlebt und die implantate sind intakt die funkverbindung wird durch den schaden am reaktor des kreuzers gestört ich bringe uns näher an die mission soll ja wieder kürzer sein also angeblich weil er steht 15 minuten statt 20 minuten hau sorry ich war es nicht wo ist der krank der das getan hat sorry ich habe damit nichts nichts zu tun hast du gesehen da war ein flott ja aber kein grant wo sind sie denn also hier ist ein toter grunt auf jeden fall wie bist du da durchgekommen weil er sowieso unsichtbar geboren du bist auf einmal verschwunden das ach so du dachtest ich bin ja 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 ich bin einfach unsichtbar wie geil durchgegangen kann man die von hinten kannst du gar nicht instant erschlagen ist in der säcke aber er ist der warte nico was denn da waren grad grunts und wir haben keinen geburtstag gefeiert wir haben kein geburtstag gefeiert man felix ist aber nicht schön wollen wir jetzt gerade beim letzten stream zumindest zu halo 1 gleich zu beginn ist die cutscene bei dir auch so was hat sie gesagt mit diesem loch sie gesagt ja wir sollen da reinkommen wir sollten woanders weiter suchen aber ja der krieg ich hatte den schrot ich weiß nicht muss mal gucken dann liebst du noch ich habe gerade in eine richtung schossen schön noch ein bisschen ich hab auch geburtstag da muss auch treffen ja ich versuchte ich ja nicht wer schon heute sehr du streust zu sehr man weiß ja man ihnen steht dann noch mal auf oh gott ja der hier steht auch so ekliges gewirr wie saß sonst aus oder nicht viel zu dunkel das ist hier echt finster ich mag das wasser das alte wasser ja das ja außer das neue ist vom farbton irgendwie noch ein bisschen ekliger so wo wo ist da weh ich glaube bei mir oder okay ich folge dir schätze mal hier ist ein neuer schritt mal erschießen die schon wieder wir haben diese ekligen waffen die plasmagern geworfen wenn diese plasmagern also ich habe normales maschinengewehr eine schrot der muss man bei den flott gucken die droppen hat immer die hier ich will die hände schon gehen ja du musst du nicht sein weil hier ist eine handfeuerwaffe falls du brauchst muss mal gucken hier so hier irgendwo hier ist sie genau da wo ich gerade stehe und mal schnell das dauert mir sonst ewig wir müssen weiterkommen hast du okay dann dann lass uns den gogo gottcentury Felix Felix so groß Verlader du hast du oh gott was du was auch geht doch ich microbiconomisch ги�� vil struggled or 여기에 k provoten doch auch nicht umオーミ changed ist auch gerade ein bisschen ein kleines kleiner flotternt in der freiglich nicht in die luft das war das war hier so ein ich weiß dass das organ fenix fenix ich bin ich bin teil der flut ich bin ein teil der flut ja ich bin tot ich war mal zu faul die kleinen bumpel hier abzuschießen die kommen hinter dir seiner ich bin ich bin nicht da jetzt bin ich da perfekt mit zu frauen ist leider übrigens sollte die haben wir nicht habe ich weiß nicht das sieht so giftig aus der handfeuerwaffen sind bei denen nicht so gut oder in die soße bis in die soße ist das jetzt ein neues leben weil ich jetzt ist es tut mir nicht weh ich bin ich nicht hat er nicht gut gott jetzt brauche ich denn die politik ja ja ich komme ich habe eure stützungen gelesen für den lieben also so ein großes mit der frage hätte ich ja in den stärkeren jahr angebottser gott plasma werkt er das hat ihn direkt umgenutzt brauchst du heilung hier ist ein medikit in erster leden bin ich tot weil ich gegen den gerettet habe ach du bist tot ja das heißt ich nicht aber eigentlich sollte ich bald wir spawnen hier sollte er dies war mir nicht bewusst jetzt lebe ich wieder und dann brauchst du auch keinen medipack aber meine handfeuerwaffe nehme ich mit da bin ich mir nicht so sicher aber danke dass du das sagst höchstern halle der hat geschrieben felix stream ist viel besser als von uns ich weiß aber nico hört sich immer noch kacke an oder höre ich mich noch kacke an felix ach so ich meinte jetzt den anderen felix felix ja ich hätte alle sagen sollen heute sind so viele hatte ich habe mir eine schrotte gekreilt ja das ist cool bei den schlag brauchst du dir auch echt ja oder maschinengewehr geht auch aber ich brauche halt munition sehr viel jetzt mal ein bisschen weiter gewuselt hier wo setzt da etwa musik ein ne doch nicht hast du auch gehört ne ne doch nicht ne aber ich mag den chat gerade sehr wie in dritte meine muniz auch so leben am limit hier ist auch das gute haare ist immer direkt rot dann weiß man weiß man die kacke ist bei dir ist er auch rot das ist immer rot. Ich glaube der hat nur eine Farbe. Ich muss aus dem Wasser raus. Oh Gott. Oh Gott. Felix. Ja ich komm ja schon. Nein du musst nicht kommen. Wo geht's raus? Ah. Oh ist das sekelhaft. Guck in meine Richtung. Ah. Ich komm da nicht mehr hoch. Oh du kommst da nicht mehr rauch. Ich komm da nicht mehr. Haha du bist da gefangen bei dem Platz. Oh mein. Fucking. In der alten Grafik sieht man ein bisschen mehr. Ich geh hier raus. So. Ich hab den Supershell aufgehoben. Du hast das Supershell aufgehoben? Ja tut mir leid. Hast du gut gemacht hast du gut gemacht. Ich hab das gesehen und meine Schwanz genutzt. Oh. Ah ich hau ab hier. Ist ja richtig unsympathisch. Oh Felix hier geht's hoch. Aber hört sich jetzt Nico immer noch gleich an bei mir. Ich schätze mal. Kommen sie. Gepackt. Yes. Oh wir werden abgebeamt. Beam mir ab Scotty. Von hier aus dürfen wir in die Steuerzentrale des Schiffs gelangen. Die sind alle tot Nico. Alle tot. Das nimmt dich jetzt ganz schön doll mit ne. Also als die ganzen Marines gestorben sind. War dir das egal. Ja die haben auch nicht gebootzt Nico. Naja ich frag ja nur. Also ich würd's gern wissen ob's jetzt anders klingt. Ich hab nichts viel gemacht. Ich hab eigentlich nur meine Kopfhörer in einem anderen. Ich hab ne andere Desktop Audio genommen. Warte klingt's denn jetzt besser oder nicht? Nee. Scheinbar nicht. Kein großer Unterschied. Also immer noch blechern as fuck. Yes. Der letzte Allianz ist ein Chaos. Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen. Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hanger befinden. Ein, ein Hanger. Ein Hanger. Oh Gott der, der Grund fliegt in meine Richtung. Ja. Oh der macht Bump. Wobei? Ich weiß ja nicht. Was denn? Ja, ja, also der Hale schreibt gerade wobei. Also weiß ich nicht was er meint. Schwierig zu sagen. Ich hab einfach nur die Desktop Audio geändert. Also hab jetzt meine Kopfhörer ins Mikro gesteckt, weil das ist halt auch so ein Ding. Und ja. Niko, schrei mal nen Satz. Schrei und Satz! Wurde jetzt geschrien. In laut. Scheiße, wo geht's denn lang? Wurde ich nicht. Einen ganzen Satz will er haben. Ja, wie soll ich denn jetzt nen ganzen Satz formulieren, Hale? Da fällt mir nichts ein. Reicht das? Das ist ja allerhand von dir. Oh Gott. Wo bist denn du, Felix? Bin hinter dir. Gib dir Rückendeckung. Alles schön. Die von hinten angriffen. Jetzt zum Beispiel. Niko, den Platz übernehmen dich. Es sind echt viele hinter dir gewesen. Okay. Da ist auch eine. Muss ich die öfter mal aufräumen? Es kommen schon wieder welche. Ich hab Angst, dass ich auf dich schieße. Das ist meine einzige Angst. Ja, so ein bisschen, ne? Ich ziehe dich mehr auf den Boden. Aber ich mag immer auf die Kleinen schießen. Ja, aber die sind nervig. Die fressen dich. Ja. Die machen mehr Schaden, als man glaubt. Ja, ja. Wenn es so viele Kumpel sind. Vor allem ist der Schaden halt auch so hinterhältig, ne? Oh. Der kommt so. Nice. Oh, fucking. Die Qualität ist in Ordnung. Das ist ein Bassfeld halt. Und ja. Wow, 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 wow. Euch, schieb im Mund. Euch, schieb im Mund. Wir sind da explodiert. Warum hab ich so viele Schaden bekommen? Irgendwann hab ich bekommen. Er hat's nicht geguckt. Ich hab auch nicht. Ja, der Bassfeld halt. Oh, ey. Also weiß ich nicht. nico ich habe ein super schild für dich wo denn hier bei mir vor sich du hast auch ein paar komische da gut siehst du das ist das du jetzt haben okay dann fühle ich jetzt zum schotter glaube hier müssen wir lang oder nicht fehlen ja du musst du mich folgte ich folgte jetzt zur aufwechslung hilfe ich meine da ist der punkt hinten aber irgendwie geht es hier nicht lang muss hier auch mal sein dass du den weg hier da geht es aber runter guck mal nico hast du gut gemacht ich glaube da kamen wir nicht her und dann jetzt nach links da hatte ich auch gott ich hänge fest gut dass ich mich erschrocken habe ich wollte dich gerade fragen ob du tot bist weil ich dich nicht mehr gesehen habe sah für mich aus wie eine platte und ist es aber nicht ich bin am leben ich bin ein bisschen angeschossen aus weg zurück 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 die konnte die chance genutzt auch wieder schild vielleicht wohl wenn sich das schnell mal regenerieren würde nicht rein rennen jetzt geburtstag gesehen wer so lang geflogen karim und warum war da jetzt noch hast du hast keine geworfen oder nee ok da hat es einer von denen säcken gemacht jetzt will ich aber eine kanade sehr schön der ist wieder aufgestanden bleib doch mal liegen du hast urlaub urlaub was machen wir jetzt damit halle was fangen wir jetzt damit an und wie lange eine woche oder zwei oder drei einfach nur drei tage ich habe ihnen einen befehl erteilt hauen sie ab oh der hat eine schrub was zum teufel hinter dem kam ganz viele nur eine roche er kam gerade eine riesen explosion das kam also ich weiß nicht was nicht ja ich glaubte dass du das nicht was sag ich jetzt mal so aber jetzt mache ich explosion hat er springt runter hi hi ach Gott der ist ein schütz ich bin einfach tot ja aber ich überlebe das nico hoffentlich nein der nahkampfangriff war zu streng ich hätte nicht erwartet dass der mich mit den nahkampfangriff du bist auch ziemlich aggressiv äh aggressiv reingarren ja das weiß ich aber das mache ich immer aber dann wenn vielleicht ich tot bin vielleicht wie ist es dann doch strategischer nö ich hab keine granaten scheiße ich schon banz kannst du den geschütztypen ausschalten oder das geschütz übernehmen ich geh zum oh fuck ich war grad zum geschütz nee der ist nicht wieder drin dann hat der mich erledigt geh raus da du Sack ich hatte ja gar nicht das gefühl dass ich so viel schaden hatte das geht dann manchmal doch schneller als man denkt du willst Halo 2 meinst du du willst es selber haben oder du willst dass wir Halo 2 streamen ich hab vielleicht gesagt dass wir vielleicht Halo 2 streamen eben hast du das vielleicht gesagt dass wir das vielleicht machen ja tatsächlich gut steht im Podouts News ich weiß nicht steht auf jeden Fall im Podouts News also ab Teil 2 hab ich auf jeden Fall gar keine Ahnung mehr von den Schädeln ne ach das ist okay wir müssen ja nicht alle finden außer den Grand Geburtstag aktivieren dann passt alles ja hinter dir ist noch eine Elite ah oh und ein Typ mit Schrot bei dem muss auch passen ja ich weiß nicht kann ich ihn weg mal jetzt gehen kurz auf Distanz der hat grad seine Elite-Kumpel gesprengt weil er gegen den Flood kämpfen wollte das war nicht lustig ähm Halo wenn du meinst ob es da einen offiziellen zweiten zusätzlichen äh Co-Partner gibt dann ja aber wir können trotzdem nur zu zweit spielen was ab Teil 2 ich glaub ja ich glaub ja du kannst es ja nicht wissen ich hab keine Ahnung von Halo so zu null ich kenn paar das was ich kenn ist dass der nicht wirklich irgendeine Botschaft versteckt hat in irgendwas von Halo aber sonst nicht kommst du gar nicht sein ah sein Antrag oder irgendwas an seine Frau auf jeden Fall oh 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 du lebst wieder oh warte da war eine Handfeuerrauffer geil du lebst wieder ja das ist ja schön Nico verteilt Geburtstag ich bin sehr glücklich Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday der Silver Server quasi ja na schön der Silver Surfer die weiß ich auch was oh Gott ich bin nicht gespannt Vorsicht auf die Granade oh Gott hier explodiert der noch mehr was gemeine ist wenn die halt oh hier ist eine Schrot wenn du willst überleg ich ne ja komm die ist ja gut jetzt kannst du die Handfeuerwaffe nehmen ja die hab ich eh ok ich bin mir nicht sicher ob ich Maschinengewehr oder Schrot hätte gerne aber ich mag das Maschinengewehr eigentlich zu gerne so meine Way2go Waffe ja ist gerade bei bei den Gegnertypen ja auch nicht schlecht ich generell eben nicht weil kannst du schön in die Masse rein oh man das ist so ne Fickerei hier ne ah heute bin ich nicht gut Felix seh das heute bist du der äh der Meister ja auch nicht gut der Meister des Maschinengewehrs und sowas ja auch mit dem Schlaggler zu schießen oh guck mal ich kann selbst in der View äh ändern ob es alter oder neu aussieht ach Gott nebst du wieder ne jetzt ja jetzt ja perfekt so hier irgendwo äh weißt du hast du Schädel achso ne nein Schädel da eine Schrott hier hab ich ich hab noch keine Ahnung was es hier alles gibt ich glaub hier gibt's höchstens ein Terminal ich glaub uns fehlt noch ein Schädel in der letzten Mission das kann sein ich hab Prozente geschaut bei den Achievements und das fehlt nicht mehr viel Prozent bei den Schädeln aber bei den Terminal ist noch ein bisschen was also wir haben auf jeden Fall hier in der Bibliothek doch das eine verkackt ja gut das war sehr dumm oh ne die Plasma gerade oh Gott wo kommt die her hast du dich gesehen komm hier gleich mal save do you there mach mal du viel Feinde in der Nähe jetzt ist ja gar nix oh da ist gar nix und da kommt die ganze Platz angehört mit ihren Armen babababa hab ich schon erwähnt wie gerne diese Gegner haben weil die so lustig mit ihren Armen wackeln die Kleinen? ja ja im letzten Stream hast du das gesagt ich weiß ich liebe es guck euch das an ich kann dich nicht ernst nehmen wenn die so rum wackeln hier unten ist ein Terminal hier unten ist ein Terminal hier unten ist ein Terminal? ja hier 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 da ist das aktiviert? okay ich habe was vergessen Was habe ich? Mein Name? Ich habe... Oh, Keith, Jacob, Captain. Kennziffer 01928-19912-JK Was ist das für ein Lärm? Dieser verdammte Lärm! Wo bin ich? Die Allianz hat mich gefallen. Nicht wahr? Ich kann... Ich kann mich nicht erinnern. Kees, Jacob... Es tut weh! Das wird nicht funktionieren, ihr Schweine! Ich werde euch nicht zur Erde führen! Kees, Jacob, Captain. Kennziffer 01928-19912-JK Oh Gott! Ihr wollt nicht die Erde! Ihr wollt alles! Raus aus meinem Kopf! Alles! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Miranda, bist du das? Vergiss alles! Nein, bitte! Ich will nicht vergessen! Kees, Jacob, Captain. Kees, Jacob, Captain. Kennziffer 01928-19912-JK Steins, Steins! Steins! Dein, was du warst! Erinnerungen, Emotionen, alles gehört uns. Keys, Jacob, Captain, Kennziffer 01928-19912-JK. Nein, auch, ihr werdet mich nicht verabschieden. Das tun wir bereits. Nett. Ja, ich muss aber sagen, die Sequenz war jetzt sehr leise. Die war super leise. Warum? Das ist halt einfach super scheiße abgemischter Spiel. Dabei waren die normalen, also wenn sie reden, ist ja gar nicht so leise. Aber jetzt war das ziemlich leise. Aber nochmal leise. Egal. Deswegen haben sie wahrscheinlich Untertitel. Ja. Ich wollte, dass das ein paar Mal die Zahlen vorgelesen hat. Ach, und hier ist er direkt. Die sind nicht so leise. Keine menschlichen Lebenszeichen. Der Käpt'n ist einer von Ihnen. Die Fähren dürfen sich nicht ausbreiten. Sie wissen, was er erwarten würde. Was er verlangen würde. Fertig. Ich habe den Code. Wir sollten gehen. Das war einfach Captain Keys. Ja. Guck dir das Loch ins Kopf an. Der, der uns die erste Handfeuerwaffe gegeben hat. Oh fuck, ich habe aus. Entschuldigung. Was ist das? Hast du eine Granade gewonnen? Okay. Oh Gott, das sieht in Neu so viel ekliger aus. Oh scheiße. Oh scheiße. Ah, als bin ich gestorben. Oh scheiße. Ich sterbe auch gleich, weil ich nur hier rumgepimmelt habe. Oh Mann. Sorry. Ich wollte mir das halt hier einmal in Ruhe angucken. Das sieht wie aus dem Film Annihilation oder so. Im Alten sieht es auch eklig aus. Kosmik Horror. Ah. Wie? Ich habe auf jeden Fall schon das Arschloch Schicksal abbekommen. Ja. Nicht so geil. Oh Gott. Wo kommen die denn überall raus? Wo ist denn die Safe Fruit? Ach, Felix. Felix. Du bist tot? Ja, ich bin so. Ich dachte, ich gehe weiter, aber. Sag das doch. Wir müssen gleich, wenn ich mit dir als letzte Bastion das verteidigen sollen. Ja, heute ist nicht mein, heute ist nicht mein Tag, glaube ich. Schießt. Das war die letzten Streams anders aus. Heute bin ich der Dulli, der immer stirbt. Ja. Ja, ich habe einer gesammelt gerade. Perfekt. Ja, dann. Okay. Alles gut. Wo ist der weg? Wo ist weg? Da. Da hinten ist einer. Da hinten ist der Weg. So, Harle schreibt, der hat letztens erfahren, dass es bei Mario Kart nur ein Meta-Auto gibt. Und man sieht im Online-Spiel nur noch das. Das ist immer so reudig, ne? Wie die Leute so. Denn auch immer das Totspielen ist auch scheiße. Oh Gott. Und vom Balancing von Nintendos ist natürlich auch kacke, wenn es das gibt. Ich hoffe, das wird totgenervt. Das Auto? Ja. Ja, wenn das so OP ist, dann muss das weg. Naja. Mario Kart 8 hat halt generell so ein paar Autos, die besser sind als andere. Ja, aber ich meine, wenn du halt eins hast, was absolut besseres als jedes andere, dann hast du halt null Variationen. Ja. Das ist richtig. Ich spiele ja auch kein Auto des Meta-S. Ich spiele das einfach nur gerne, weil ich das ein von dem Auto sehr gerne habe. Das ist einfach das Teddybären-Auto und ich liebe es. Das ist das Teddybären-Auto, wie süß. Das ist schon wohl ein Teddybär. Kann man auf jeden Fall machen, ne? Ja. Und er leuchtet im Buch und lässt er die Augen. Das ist die Scheinwerfer-Sitte. Gott, der ist zu stark. Alter, was ist mit ihm? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja. Jetzt wollen sie es aber von eins aus. Was war es? Was war denn das? Ich traue mich nicht. Der Werfer hat mich getötet. Ich hatte nur noch ein Leben deshalb. Guck mal, die haben jetzt hier auch so neuen Skin. Die sehen jetzt hier viel böser aus. Da-da-da-da-da. Scheiße. Legion des Unheils. Da-da-da-da-da-da-da. Oh, immer die, die verreckten. Nein. Kehlen wir oder laufen wir? Wir killen wahrscheinlich. Die sind tot. Dann kommen die erst. Oh Gott, die kommen jetzt erst. Ich glaube, bis wir killen die. Die müssen so oder so sterben. Ja, we got the high ground. Ja. Obi-Wan Kenobi wäre stolz auf uns. Ui. Das war geil. Ah, weg wieder. Die alle weg. Wegfliegen, ey. Was ja auch mit meinen Granaten benutzt. Zack. Hast du den? Danke. Ich glaube, das war's. Ich hoffe mal, irgendwer hat so ein Schrot oder so. Für ein bisschen Muni. Natürlich. Wenn du Medikids siehst und keins selber brauchst, dann sag gerne mal Bescheid. Im Moment brauche ich keins. Aber ich schau mal. Jetzt kommen hier Grunts auch noch. Was soll denn das? Oh, jetzt bräuchte ich auch eins. Okay. Ah, wie ist das? Oh, scheiße. Der explodiert aber auch ne Scheiße, ne? Die Elite, du. Ja, vor allem das sind so Super-Eliten, ne? Oh, oh. Der Schild ist kundig. Ja, ich seh das. Nein. Lade, 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 lade. Die Tür neben dir ist aufgegangen. Ich will aufpassen, wie der kommt da jetzt für uns. Die hier? Geht's jetzt durch? Ich könnte natürlich auch. Oh Gott. Scheiße, das ist gar nichts. Meine Sackgasse. Alter. Halt mir raus. Irgendwanns. Grüne, fliegt. Schild, mein Schild, mein Schild, kommt zurück. Bist du immer noch nicht da? Nee. Sind schon viele Feinde da. Und du bist im Kampf. Oh, ich hab gar keine Granaten mehr. Scheiße. Ähm. Da bin ich wieder. Das Grün. Also ich bin mir sicher, wäre Rival an Anikens Stelle gewesen, hätte der Obi-Wan auseinandergenommen. Oh, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das sind ja zwei. Oder drei. Oder vier. Ich hab mir gefühlt, nur zwei gesehen. Die drei war frei erfunden. Aber ich hab ein Achievement. Die oberen ein Prozent. 100 Elite ausgeschaltet. Oh, nice. Mann, 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 ey. Das packen sie aber auch all die abartigen Gegner aus. Piu-Piu, oder komm jetzt wieder, Flutzt. Sieht der wieder auf? Nee. Oder kleine Flut. Mal, da hinten ist ein großer. Oh, sorry. Das war ja alles gut. Alles gut. Das war auch dein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Was passiert? Wir platzen mit anderen. Ja, Vorsicht, rechts und auch Gegner. Er schmeißt den mal mit seinem Plasma gerade ab. Wie er es sagt. Brauchst du eine Handfeuerwaffe? Äh, ich brauche nämlich keinen. Die liegt hier irgendwo. Hier. Hast du? Ich schulde mal kurz zu dir. Geh mal ein bisschen über den Gegner rüber. Das ist mitten im Gegner drin. Ja. Okay. So. Tuck, tuck. Perfekt. Schnappen Sie sich eine der Banschies, damit wir zurück zur Pillar auf Abo. Oh, ne Banshee. Wo, 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 wo. Da unten? Da unten, Nico. Ich glaube, meinst du? Wollen, meinst du? Ja, ich will nicht, ich gehe hier runter. Bitte, ich verrucke. Oh, oh, oh. Ich bin, ich bin nur noch tiefer gelegt jetzt. Oh ja, es geht zum Banshee, es geht zum Banshee. Nico. Dicker, es hätte funktioniert. Felix, es hätte funktioniert. Nee, es ist so schön. Oh, wer wird zusammen? Wer wird zusammen und hätten uns Rücken der Deckenrückung gegeben. Wir werden jetzt drin. Wir werden jetzt drin, Felix. Vertrauen mir hier. Runter. Oh, scheiße. Yes. Das schaffen wir. So, kurz Schild aufladen. Und Rinder. Schmeiß jetzt gerne eine Granate rein. Schmeiß. Yes, tschüss. Nico. Ja. Wow. Nur du hast da verhauen, ich nicht. Ist okay. Ne. Ach, schön. Nur der Nico. Oh, das war ja echt nicht lang. Das ist die letzte Mission. Ja, das war's. Sag, das war's. Sag, das war's. Sag, das war's. Sag, das war's. Vielen Dank.